So, einen recht herzlichen schönen guten Abend, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich höre noch nichts. Ja, das ist gut, so tätig das für eine Modeschau. Mein Name ist Michel und ich habe die Freude, Sie ein bisschen durch diese Modeschau führen zu dürfen. Allzu viel will ich nicht sagen, weil die Models sind am wichtigsten. Heute zum ersten Mal bei den Shoppingtagen Krems, dass in dieser Form stattfindet zum ersten Mal, machen wir eine Modeschau. Und wieder einmal zum ersten Mal, noch nie in dieser Zusammensetzung gemacht, finden Sie Mode von Wunschkind Krems, Weltladen, Piccola Boutique und Soul Sister. Beginnen werden wir mit dem Wunschkind. Das Wunschkind, gleich um der Ecke, wer es noch nicht kennt, vorne in der Gögelstraße Nummer 5. Dort finden Sie eine wirklich tolle Auswahl an schönen Dingen, die die Eltern und den Nachwuchs glücklich machen. Babydecken, Tragehilfen, Kindergeschirr, Holzspielzeug, Rucksäcke und noch vieles mehr für ein lässiges Leben mit Kindern. Thorpe, Schläge, Schöpfle, Holzspielzeug, Rucksäcke und noch vieles mehr für ein lässiges Leben mit Kindern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt kommt Soul Sister. Wer kennt Soul Sister nicht? Jeder kennt Soul Sister. Hier hinter mir, das kleine, aber sehr gut sortierte Multi-Brand-Store in der Kremse, also hier hinter mir, bietet den perfekten Style-Mix für Damen und Herren. Von urbaner Streetwear bis zum rockigen Party-Outfit bietet Soul Sister eine zeitlose, rockige Vielfalt, die keine Wünsche offen lässt. Heimische und internationale Brands wie Diesel, Kleinigkeit, Guess, Blutsgeschwister, Distressed, Einstein, Doc Martens, Religion sowie coole Accessoires und Schuhe runden das Angebot ab. Der Style ist rockig, edgy, aber auch stylisch und urban. Diese Kombination bietet wirklich kein anderer Shop in der Umgebung. Sehen Sie selbst. Sehen Sie selbst. Das ist rockige. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.